So, du springst mir jetzt bestimmt ins Gesicht, du Jumpscare-Hohrensohn. Ach man, das war so klar. Halt die Fresse, du Ohrensohn. Ich kann mich leider nur noch dran erinnern, nicht R drücken. Also erstmal sorry, dass hier keine Videos und so, mach doch bitte die Maus noch empfindlicher, dass keine Videos und so kamen, aber habt ihr mal rausgeguckt, wunderschöne Wetter, da geh ich doch nicht raus, ich bin doch nicht bescheuert, da bleib ich doch nicht drin und bin bescheuert, oder was, na du Ohrensohn? Ich muss auf ein R drücken. So, du springst mir jetzt bestimmt ins Gesicht, du Jumpscare-Hohrensohn. Ach man, das war so klar. Halt die Fresse, du Ohrensohn. Oh ne, okay, äh, also er sagt, geht auch da hier, bla bla bla, bis diesen... Verpisst diesen Raum, er verpisst dich von diesem Raum, bla bla bla, der Haus, bla bla bla, bla bla, bla bla. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt die Schlüsselkarte, die wir letztes Mal gebraucht haben. Schicker Bildschirm schon, den wir hier auch haben. Das ist noch so ein Toder. So, meine Brüder. Du, da liegen deine... Ih, der hat kein Kopf mehr. Da, 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 da. Ich hab mich noch nicht erschrocken, das war einfach nur so... Ich hab mich erschrocken, aber es war klar, dass der Typ einfach mal da durchkommt. Also, ich weiß nicht, gehen wir runter, gehen wir da lang. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Q oder E drückst. Weißt du, das hört sich jetzt schon so an, als ob hier gleich einer kommen würde. Okay. Witness. Okay. Da ist ein Kopf dran. Okay. Ähm. Ich glaube, die Tür machen wir mal lieber zu. Das ist so schwachsinnig, dass er die Tür immer so zuballert, wenn er so Angst hat angeblich. Oh, der ist auch gut. Der sieht aber voll erschossen aus. Die sehen alle ziemlich erschossen aus. Oh, das ist eine Lampe. Erschacht. Das ist irgendwas, was wir brauchen. Oh, eine Batterie. Das ist nice. Das ist nice. Oh, die Lampe bewegt sich sogar, wenn wir gegenlaufen. Yay. 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 Aber okay. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier raus. Ich will nicht weiter in die... Ach, egal. Komm. YOLO. Man lebt nur einmal. Ah, das ist ein Security-Raum. Oh nein, oder? Kann man hier rein? Hallo? Die lie, sie lügen. Ah, hier. Computer. Okay. Security-System accessing security-System. Das dauert doch gar nicht lang oder so, ne? Nö, nö, nö. Das geht relativ fix. Ich glaube, er macht den Strom aus, oder? Neusty startet den Generator im Keller neu. Oh mein Gott, da kommt einer, da kommt einer. Oh, nö, 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 nö. Ey, das ist der Fettsack von eben. Oh, ich dachte gerade, er macht die andere auch, auch. Puh. Oh, nicht umdrehen. Geh bitte einfach. Aber es sind zwei von diesen gruseligen Typen. Es gibt einen, der immer hin und her rennt. Und den fetten hier. Okay, wir rennen hier mal schnell raus. Wir müssen in den Keller, also hier runter. Sieht auch gar nicht gruselig aus, ne? Total unspektakulär hier, der Keller. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Was ist denn hier? Dokumente. Was haben wir hier? MK-Ultra-Sia-Mord-Unterhypnose. Ähm, Text gekürzt. Ich denke mal, es wurde einfach nur einer getötet, der unter Hypnose stammt. Ich finde seine Hände gruseliger als die Monster hier. Okay. Ist hier noch irgendwie die Batterie oder so? Hm. Schade. Aber ganz ehrlich, wer macht denn einen Generator in... Hör die Fresse, du Uhren, son. Mit dir rede ich nicht. Hm. Oh, da ist ein Toter. Ähm. Ist das der Generator? Ich traue mich hier irgendwie nicht runterzuspringen. Schalte beide Gaspumpen ein und bestätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu steigen. Ach so, ist ja auch gar nicht kompliziert, das Ding, oder? Hallo? Das ist so eine Farbe. Ich dachte, das wäre irgendwas, was man einsammeln kann. Ah. Okay, die ist abgeschlossen, die erste Tür. Diese Kamera, ne? Ich war auch neu bedrinkt. Die Kamera ist aber nicht gerade gut, ne? Ich kann halt noch lauter dazu kommen, also. Ich muss auch, wenn dieses Wort zu sagen, oder? Könnt ihr mir das mal abgewöhnen? So, das ist eine Gaspumpe hier, das nehme ich mal an. Ich bin so froh, wenn ich dieses Spiel durch habe, ne? Ich drücke die linke Maustaste, um zu verstecken. Oh mein Gott, ich muss mich zu verstecken. Kommt der rein, oder nicht? Oh mein Gott. Das ist der Typ, der so schnell rannt, die ganze Zeit. Wer, dann macht das Ding jetzt wieder aus. Wenn die das jetzt in dauernd wieder ausmachen, ne? Ey, der hat schicke Fü- Oh, ich dachte gerade. Gut, also müssen wir jetzt dem aus dem Weg gehen, den Typen. Okay, gut. Ich denke mal, ich hab's verstanden. Der rennt hier jetzt bestimmt irgendwo rum. Und jetzt werden wir uns, denke ich mal, verstecken. Und jetzt werden wir uns, denke ich mal, verstecken. Oh, da ist er. Der muss sich bestimmt auch verarscht vorkommen, wenn der dauernd die Generatoren angeht und der findet ihn jemanden. Ich fahr' mich, wo der Typ jetzt ist. Ach, er hat den Schächter aufgemacht. So, jetzt müsste in der letzten Tür, die müsste dann eher wahrscheinlich aufgemacht haben, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Da geht er lang. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Aber ja, er hat die Tür aufgemacht. Gut. Geh da rein. Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Er hat mich... Oh, da. Denken wir mal, was wir zu verstecken. Oh, Gänsehaut. Er hat uns nicht gesehen. Da lag irgendwas eben. Kommt er jetzt hier rein, oder nicht? Die brauchen immer so lange, Mann. Kommt er jetzt hier rein, oder nicht? HD, Auto und F2-4. Das ist ja ein schöner. Okay, er kommt wahrscheinlich nicht. Haben wir hier noch mal die Batterien, oder so? Da ist ne Batterie. Das ist aber nicht der Hauptschalter, lol. Die Tür geht in ne unnünzige Richtung auf. Dann gucken wir doch mal die. Das ist doch... Lange Gänge sind nicht gesund. Hier ist noch ne Batterie. Die haben die Leute hier aber auch aufgehängt, als ob das irgendwie, was weiß ich, Puppen wären, ne? Da liegt noch was, oder? Ne, das ist immer wie Gedärme. Ähm... In welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Wo ist dieser Hauptschalter? Ach nee. Oder ist in der Mitte der Hauptschalter? Okay, gut, dann müssen wir bestimmt wieder hier rein. In den Raum. Ja, hier war ich noch gar nicht drin. Hallo? Ist hier irgendwas? Hier ist gar nichts, oder? Ach nee, hier haben wir eben die Dingens geholt, glaub ich. Oh mein Gott. Nein, warte, warte. Das hat keiner gesehen. Ich kann natürlich einfach den Stock nehmen und den Typen auf die Fresse haben, das wäre viel einfacher, als ihr möchtet, den Typen zu verstecken. Der Typen sieht aber echt ungesund aus. Der sollte echt nur zum Arzt gehen. Mach einfach den Generator an. Nein. Hallo. Aua. Das tut weh. Verpiss dich? So. Was willst du tun? Du findest mich nie. So, wo ist denn jetzt dieser Hauptgenerator? Müsst ihr denn hier, oder was? Die ist natürlich abgeschlossen. Hauptgenerator? Hauptgenerator? Muss dann hier sein. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist der Typ. So, ähm. Die nehmen wir noch mit. Und. Das haben wir jetzt gemacht. Ich weiß nicht, kommt der Typ jetzt hierher? Wahrscheinlich ja, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nervt mich nicht. Aua, du tust mir weh. Haha. So, das wird den jetzt erstmal aufhalten. Ein paar Sekunden. Und jetzt sollen wir den Schalter hier anmachen. Und jetzt müssen wir aus dem Keller raus. Scheiß Kerl, okay, das waren 15 Minuten, aber wir haben den Generator angekriegt. So. Oh, okay, gut. Aber bei dem Wetter reicht es auch schon wieder für den Computer heute. Ich muss doch gleich arbeiten. Deswegen war jetzt, die Folge ist ja erstmal zu Ende. Wir haben den Generator angekriegt und den Typ ein bisschen gerollt, ja. Gerollt haben wir ihn, ne? Und, äh, ich mach mich dann mal anschneiden und wir sehen uns beim Bischöpf Schweda. Äh, bis zum nächsten Mal. 飛와 Schlaùng nochmalным. T vacuum time.